Musik Musik Natürlich leben mit Anspruch. Das ist hier unser Motto auf der Domotex 2016. Willkommen in der Vineo Arena im Team Purline Bioboden. Wir stellen hier heute wirklich eine Weltneuheit vor und dazu wollen wir uns einmal unseren Spieler genauer ansehen. Wir haben hier im Team Purline Bioboden der wahren PVC-Alternative aus dem Hause Windmöller. Komplett eigenentwickelt in unserem Haus und selbst produziert 100% Made in Germany. Wir haben zwei Spieler. Zum einen die Vineo 1500. Das ist die aktuell erhältliche kommerzielle Variante. Und dann haben wir jetzt hier als Weltneuheit die Vineo 1000 vorgestellt. Das ist eine optimierte Version des Purline Biobodens, speziell zugeschnitten auf dem privaten Wohnbereich. Denn unser Purline Bioboden, müssen wir noch einmal erwähnen, ist komplett frei von Chlor, Lösungsmitteln und auch Weichmachern. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier in Hannover auf der Domotex. Und ich bin der Produktmitglieder für Designboden und würde Ihnen jetzt gerne unser Highlight im Bereich Designboden vorstellen. Das ist die neue Ambra 3 in 1 Kollektion. Die besteht aus 16 Dekore im Holzbereich und 6 Dekore als Stone-Variante. Das ist der Riesenvorteil an dieser Geschichte, dass Sie 22 Dekore haben in drei Varianten. Zum einen die Dryback-Variante, das heißt ein Designboden zum Kleben, 2 mm Produktstärke, 0,3 mm Nutzschicht. Dann als nächstes haben wir die Klick-Variante, 4,5 mm stark und auch mit einer 0,3er Nutzschicht versehen. Zum guter Letzt haben wir unser Multilayer, 9 mm stark, auch als 0,3er Nutzschicht erhältlich. Somit haben Sie drei Verlegevarianten und können Sie aus 22 Dekoren die optimale Auswahl treffen. Hallo, heute herzlich willkommen aus dem Vineo Laminat-Team. Ich möchte einmal kurz vorstellen, was wir an Neuigkeiten im Bereich Laminat haben. Wir haben also 72 Dekore in unserem neuen Laminatprogramm verteilt auf fünf Formate, unter anderem einer Langdiele mit Fold-Down-System. Über die gesamten Kollektionen von der Vineo 300 bis 550 sind alle Dekore antistatisch ausgerüstet. Somit hat man kein Problem mit elektronischen Geräten. Dazu kommt noch eine Profilversiegelung an jedem Profil, was wir anbieten. Bedeutet auch, wir sind gegen Feuchtigkeit geschützt. Als weiteres Feature bieten wir unsere Vineo 500 oder 300 Medium-Formate auch mit Trittschall an. So erzeugen wir ein Feature-Reduzierungsmaß von 21 dB, was schon seinesgleichen sucht. So erzeugen wir ein Feature-Reduzierungsmaß von 21 dB. So erzeugen wir ein Feature-Reduzierungsmaß von 21 dB. So erzeugen wir ein Feature-Reduzierungsmaß von 21 dB. So erzeugen wir Polte, was schon hätten noch dealer mit Eleo 500 oder 300 Medium-W行 dribble. So erzeugen wir einen Feature-Reduzierungsmaß von 21ブ axis. So erzeugen wir ein Feature-Reduzioxidmast. Also erzeugen wir ein Feature-Reduz warmed Mediöimmernis ist informiert. So erzeugen wir natürlich auch erzeugen wir eine Feature-Reduzierungsmaß von². So erzeugen wir uns gegen畏 kaufer, wel, oder? So erzeugen wir ein Feature-Reduz Rusia-W el 움직erspull.